Willkommen zurück! Wir sind hier bei ODST und spielen gerade Dutch. Ja. Immer wieder schön die Fahrer-KI. Ja, wir sitzen hier hinten dran, damit unsere KI-Begleiter fahren können und nicht schießen müssen. Das sollten die nämlich niemals tun! Ja, wie lange braucht das denn? Wollte ich sagen. Eigentlich geht es doch immer recht schnell kaputt. Äh, lern fahren! Wir brauchen alle Männer, die wir können. Oh! Das meinten die mit Banshees! Die sind auch immer wieder scheiße zu erwischen, wenn man stationär unterwegs ist. Hier wäre es in der Tat besser, wenn die KI mal stehen bleiben würde. Und nicht ständig durch die Gegend hampeln würde. Meine Güte! Äh, kommt der zurück? Ja. Äh, ja. Und nun? Was macht die KI jetzt? Die setzen das Fahrzeug hier doch auch gleich in den Sand. Ja. Da geht's lang. Die Skript-Sequenz wurde dafür auch schon ausgelöst. Ah, das ist eine meiner Lieblingsfahrzeuge in der gesamten Halo-Reihe. Das ist Fruit Chopper. Die sind so geil. Roll over my Foxtrot and get yourself Foxtrotten! Hach. Schön. Durchbag! Durchbag! Ja. Ja, ähm. Der, äh, raced den Alarm. GOOOOOOT! Äh, wo fährt denn er jetzt lang? Jicke! Niiiih! Junge, lern fahren! Ja. Das ganze Spiel ist halt in solchen Situationen echt stark auf Koop ausgelegt. Und da ist dann natürlich die Sequenz mit dem Verfolgen sehr, sehr einfach. Wenn man wirklich jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Die darf man übrigens, äh, nicht gegen sich, äh, fahren lassen. Wenn das passiert hat, hat man richtig Probleme. Andererseits. So. Nächste Wraith kaputt. Haben wir noch einen? Ja, haben wir noch. Darf ich wieder einsteigen? Fände ich sehr toll. Auf, geh auch drauf. Oh, alt Schraiko! Unser liebster Let's Play-Begleiter ist wieder online. Worauf schießt denn der? Ach, da hat's wieder einer, äh... ...verschanzt. Gut. Ja. Ja, weiter geht's. Ja, da, da... Nein, nicht da. Nein, nein, nein. Ja, ja, das ist nicht verkehrt. Ja, die ungedeckte, äh, Rückenseite ist immer super, jemanden hinzuhalten. Ach, der ist ja uns! Haben sich Brutjocker geklaut? Auch cool. Ich bin Sean! Ja. Okay, move your ass, Trooper. Get across the bridge, now! Wenn ihr irgendwann auch mal da hinfahren würdet. So, weiter geht's. Boah, das sieht cool aus. Das sieht echt fett aus. Unser Fahrzeug hat auch schon, äh, bessere Zeiten mal gesehen. Hä? Ach so, die haben grad, äh, den Transporter gesehen. Und dachten, ähm, die müssen da jetzt hin. Oh, wie cool. Ja? Wie sie einen dann wieder an den Anfang der, äh, KI-Straße wieder zurücksetzen müssen. Hier kann man übrigens überall am Seitenrand noch ein paar Sachen entdecken, aber, ähm, Ähm, wie ist das jetzt grad passiert? Ähm, wie ist das jetzt grad passiert? Ja, weiter geht's. Ja, aber fahr doch, die Affen! Mann! Ach ja. Äh, wo fährt denn der jetzt lang? Okay. Oh ja, wenn's auch zum Ziel führt. Soll es... Oh, das sieht mir nach Race aus, da vorne. Oh. 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 So, irgendwo müsste noch ein Rave sein. Einen Schiefen fehlt noch. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So. Ja, da hoch. Das würde die Sache massivst viel einfacher machen. Der, 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 der. Das ist ja politisches Lachen. Weiter geht's. Fahrzeugmissionen mag ich eh immer in der Halo-Reihe. Die sind einfach nur geil. Der ist kaputt? Okay. Ich habe keine Munition mehr für den Spartan-Laser. Kann man hier noch fahren? Nee, kann man nicht. Schade. Gut, meine Kumpanen sind irgendwo. Hier ist noch mal kleiner. Kann man die hier eigentlich auch so boarden, wie die anderen auch? Ah, ja. Es geht auch. Gut. Es geht auch. Okay. Meine Kumpanen sind wieder da. Dann fahrt aber diesmal auch gescheit. Och, schade. Hey, wo'd you go? Dude, 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 dude. Sopping. feasible. Wir fahren. Wir. Wir fahren. So, die Frage, wie kriege ich diese Wraths jetzt kaputt? Weil mein, äh... Spartan-Laser ist ja leider defekt. Das ist ein sehr einfaches Achievement eigentlich, aber irgendwie habe ich das letzte Mal nicht erreicht. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur dran vorbeigefahren bin. Man kann das ja alles ignorieren hier. Ja, fahr weiter. Nöch. Wof warten die denn jetzt? Alle tot. Hier ist noch einer. So. Weiter geht's. Nicht hier parken. Ja, dann, äh... Make the jump. Ach, die fahren jetzt alle schön im Kreis, oder wie? Get the hell out of here, Trooper. Ja. Dann mach's doch auch. Nicht gegen die Wand fahren. Ähm... Das sieht übel aus. Ja, aber das ist wieder die Sequenz, die wir wieder kennen. Äh... Äh... I didn't train to be a pilot. Tell me, I don't have any more flying than me. Hahaha, schön. Nö, der muss nicht mehr fliegen. Der Humor ist cool von dem Spiel. Bam! Ja, auch wieder ein super Punkt, dann gleich Pause zu machen. Sehr, äh... Let's-Player-freundlich, das Spiel. Gibt, äh... Sehr viele... Anhaltspunkte, wo man gut Pause machen kann. So. Zwischensequenz noch. So, neue Sachen freigeschalten. Dann werde ich hier jetzt Save and Quit machen. Ja. Wieder nur zwei. Äh, mehr hält meine Stimme noch nicht ganz durch. Noch ein bisschen Assassin's Creed noch aufnehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann bald wieder. Also, tschüss, macht's gut, bis denne!